also die hier für holz die hier oben alle für stein holz und stein gut der erste tunnel ist fast fertig also die erste treppe nach oben und die zweite wird schon angefangen sehr gut ich glaube da könnt ihr euch erstmal sparen steine abzubauen da drüben gibt es schwefel oder glowstone das heißt wir müssen eine seilbrücke darüber richten dass wir auch an den schwefel und den glowstone leicht rankommen bei eisen haben wir genug das gras haben wir hier schon abgeerntet dann macht so webstuhl so du schnapp dir mal mehr von dem stein da oben dass das ding frei wird genau sehr schön holz so das können wir gleich mal für tatsächlich leer lassen dann können wir das nämlich in ruhe einstellen auf stoff und auf seile so stellen wir vor jedem mal vier her da wir ja kein militär brauchen so das holz hier würde ich gern auch loswerden das holz hier holen wir uns dann wenn wir es brauchen gras hätte ich gerne also hier nehmen wir den stein können sie da auch ruhig abbauen du hol mal da den restlichen stein ab und du da das brett bitte und du nimm da die bretter runter die gehören da nämlich auch nicht hin ja das würde ich mir echt wünschen dass man stockpiles vor konfigurieren könnte oder dass stockpiles also dass man halt stockpiles platzieren kann hier die auf leer lassen sind also vor konfiguriert auf leer lassen das wäre nicht schlecht und ja dass die eitler also dass leute die an workbenches arbeit nicht als eitler zählen das wäre auch nicht schlecht so erstmal das eisen hier abbauen bevor wir dann das eisen hier direkt abbauen genau so bauen wir erstmal den schwefel da drüben ab so unsere grasvorräte sind erschöpft wir sollten aber doch wenigstens zwei dann machen wir noch mal zwei seile mehr noch zwei bretter werden glaube ich hier gebraucht ja so ne da können wir weg machen dann sollten wir mal die ganzen baumstämme hier entfernen äh baumstümpfe meinte ich das bringt dann zwar kein holz wenn man sie so entfernt allerdings sind sie dann wenigstens weg so ja die eisen und schwefel wird eingelagert und ja die k.i. die bräuchte wirklich überarbeitung die k.i. sollte wirklich wissen dass es wichtiger ist die ressourcen die sie mit sich trägt einzuladen als bauaufträge anzunehmen also es geht halt die k.i. also solche sachen zu machen es geht die k.i. halt mit eisenbaren buddeln oder mit holz und liefert dann erst das zeug ab ja so wie jetzt gerade ok wir brauchen mehr holz stockpiles da wir später auch viel holz bauen werden flop da segelt das brett weg ok 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 dot ok ach ja zwei von denen Sollten wir das Auto konvertieren wegnehmen? Hä? Also du bist gecancelt und du bist gecancelt, gut. So, du machst Eisen in Dauerschleife. Glas machen wir da nur bei Bedarf. So, hier darf nur Holz, also nur Bretter gelagert werden. Selbst hier oben liegen jetzt Bretter rum. So, der Tunnel wird nicht mehr gebraucht, der kann abgerissen werden. Bauauftrag. Die Stümpfe hier entfernen. Das Eisen wird abgebaut. Eisenbarren werden hergestellt. Ja, es gibt mal wieder jemanden, der Gras sammelt hier. Nur sammelt da mal das Brett auf. Und dann packst du irgendwo auf einen Bretterstapel. Komm, du kannst zwei Bretter tragen. So, das Eisen da oben ist jetzt fast abgebaut. Oder ist abgebaut. Äh, du da. Lager mal die beiden... Die Steine von den beiden Stockpiles um. Ach, können wir ja gerade nicht... Wart mal kurz. So, du jetzt. So, du jetzt. Gut. Äh, nicht Eisen. Stein. Und Stein. Bei dir bringt das nicht viel. Bei dir aber du. Und du. Und du. Und du akzeptiert Ziegel. Dann sollten wir die auch noch loswerden können. Dass wir die beiden Stockpiles nur für Stein haben. Okay, ich würde gerne alle vier auf einmal... Äh, drei auf einmal auswählen. Dann können wir die nämlich auch mal abreißen. So, Planierauftrag. Ah. 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 Ja, mal sehen, ob wir heute überhaupt dazu kommen, noch Mauern zu setzen, weil bis jetzt werden wir, im Augenblick sind wir damit beschäftigt, erstmal alles vorzubereiten. Wir werden wahrscheinlich eh eine ganze Weile brauchen, da überhaupt den Berg abzutragen. Das war eine zu viel. Ich frage mich, ob das da oben auch sammelbares Gras ist. So, jetzt wird hier abgetragen, gut. So, jetzt geht's. ich habe nicht mal wirklich eine ahnung wie voll wir eigentlich ein eisenlager machen können ich kann nicht finden was ich brauche das ist blöd konnte kein lager finden hier sind doch genug lager aber sie ist erst mal die lager voll ok du da immer bitte die bretter da und lager sie ein so das heißt eigentlich das restliche holz wird dann auf die beiden abblöck bleiben der arg block ich hau block außer ich baue wenigstens doch der werkbank hierhin und ein lager ja also so finde ich gerade viel angenehmer mit dem freien bauen muss ich ganz ehrlich zugeben ja da würde ich gerne eigentlich laternen haben komm bring das glas dahin wo es hingehört ja die tragen jetzt langsam hier den hügel ab dem berg